Hallo, ich bin der Uli Boland. In meiner Rolle als Verdi-Betriebsgruppensprecher von der Feuerwehr möchte ich herzlichen Glückwunsch sagen, weil unsere Brandinspektorenanwärter haben jetzt heute ihre Prüfung bestanden. Landesfeuerwehracademie in Koblenz, die Feuerwehrschule von Rheinland-Pfalz, da gab es jetzt einen viermonatigen B4-Lehrgang, sagt man sonst. Bei uns heißt es Brandinspektorenlehrgang und von uns hat ein starkes Team von der Berufsfeuerwehr Mainz das gewuppt und ihr habt heute eure Prüfung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ganz toll finde ich, wenn eine Feuerwehr darauf Wert legt, dass das ausgeglichen ist, dass man ungefähr 50-50 ausgeglichen hat im Führungsdienst, dass also die eine Hälfte ca. Ingenieure sind, die studiert haben und Sachverstand in die Feuerwehr tragen und auf der anderen Seite eigene Aufsteiger die Möglichkeit geben, vom mittleren Dienst in den groben Dienst aufzusteigen. Ihr habt jetzt vier Wochen da oben gelernt und geackert und Prüfungen geschrieben, habt viel Recht machen müssen, habt viel Feuerwehrkunde machen müssen, vorbeugende Brandschutz und Sonderthemen und jetzt habt ihr bestanden und jetzt wartet natürlich hoffentlich bald was ganz, ganz Tolles auf euch. Ich habe hier die Schulterklappen mit den zwei silbernen Pommes dabei. Ich hoffe und wir setzen uns auch dafür ein, dass ihr möglichst schnell zum Brandoberinspektor befördert werdet und ich möchte auch wirklich mal Danke sagen an die Verwaltung und auch an die Feuerwehrführung, dass wir es geschafft haben, so viele Kollegen zu entsenden, denen die Möglichkeit gegeben haben, sich da weiterzuentwickeln und gute neue Zugführer-Einsatzleitdienstbeamte zu bekommen. Also das war schon eine tolle Zahl. Vielen, vielen Dank dafür. Euch herzlichen Glückwunsch. Ihr könnt mal eine kleine Flasche Sekt entkochen, wenn ihr zu Hause seid im Kreis der Familie und benutzt jetzt die ruhige Zeit und kommt ein bisschen runter, erholt euch, weil im nächsten Jahr geht es weiter und dann greifen wir nochmal an und dann brauchen wir euch. Alla, hopp, froh weiter.